Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video stelle ich euch das Spiel Round Forest vor. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Round Forest, welches bei Piatnik erschienen ist. In diesem Video zeige ich euch kurz die Abläufe, ohne jetzt in jedes Detail einzusteigen. Ihr sollt aber einen guten Überblick bekommen und wisst dann je nachdem, ob das Spiel was für euch ist. Und abschließend gibt es ein Fazit. Das Spiel ist ein Game by Pirou, sehr bekannt in dem Fall in der Szene und auch die Illustration, was das Cover angeht, die gefällt mir total. Und da freut man sich schon auf das Spiel, welches für zwei bis vier Spieler ist ab acht Jahre und geht ca. 60 Minuten. Ja, einen Teilausschnitt seht ihr schon vom Wald hier in dem Fall. Das sind übrigens die Figuren, die kommen nachher auch zum Einsatz. Seht ihr nachher auch eine andere Kameraeinstellung, weil bepackt mit einem Rucksack letztendlich, den man dann hier noch auf der Seite dann sehen wird, ergibt man sich quasi hier in den Round Forest und Ziel ist es quasi drei dieser goldenen Äpfel zu sammeln und dem Geist des Waldes zu überbringen. So und jetzt seht ihr auch den ganzen Spielplan, in dem Fall aufgebaut für zwei Spieler. Wenn ihr mit mehr Personen spielt, es wird auch angegeben, wie ihr es aufzubauen habt, dann kommen einfach mehr Plättchen zur Geltung. Dadurch wird die Spielfläche natürlich etwas größer. Jeder Spieler startet hier in dem Eckfeld und bewegt sich zuerst einmal mit seinem Wanderer, gepackt mit dem Rucksack, eins bis zwei Felder weiter. Da gibt es noch keine Sonderregel. Das macht der gegenüberliegende Spieler auch. Die Plättchen werden zufällig verteilt. Jeder hat zwei Kompassfelder, dass er auch mal die Regeln, was die Bewegung angeht, ein bisschen ignorieren kann. Und dann geht quasi auch das Spiel schon los. So, das heißt, wenn ich mich bewege, bewege ich mich zum Beispiel erst einmal auf das angrenzende Feld und führe dann die Aktion aus, die hier angegeben ist. Immer wenn man ein Feld bewegt, muss man das Plättchen auch drehen. Das spielt auch nachher eine Rolle. Dann seht ihr das auch, was hier die Felder angeht. Also denkt dran, wir vergessen es nämlich gerne mal, ihr müsst auf jeden Fall das Plättchen drehen. Dieser blaue Chip kommt auf die Seite und der blaue Chip heißt in dem Fall, dass ich quasi ein Plättchen aus dem Säckchen dann ziehe. Und das ist ein Gegenstand und den kann ich behalten. Ich kann mehr mit dem Gegenstand machen in dem Fall. Ich kann sogar eintauschen hier, was die Werte dann angeht. Dann kommen aber die anderen zwei von der jeweiligen Reihe, dann kommen raus, rutschen raus, werden nachgezogen. Ich kann später auch ablegen in dem Bereich. Es gibt sogar eine optionale Regel, dass ich ihn hier in der Mitte dann ablegen kann, dass man sich hier, was die Drehbewegungen angeht, dass man hier nicht drehen muss. Also ihr merkt, ich habe mehrere Optionen. Aber das Wichtigste vorneweg ist ein schwerer Gegenstand und ich kann in meinem Rucksack nur einen schweren Gegenstand dann haben. Ja, einer maximal. Und das Ausrufezeichen zeigt an. Ja, das könnte je nachdem in Verbindung stehen mit einer dieser vielen Auftragskarten, die natürlich auch eine Rolle spielen. So, wir überspringen jetzt den Spieler in der Ecke und dann führe ich quasi meinen Zug aus, weil ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann auch stehen bleiben, drehe mich dann, aber ich kann mich auch bewegen. Das werde ich auch gerade am Anfang durchaus machen. Und wie weit ich mich bewegen kann, zeigen die weißen Felder an. Ich kann mich mal eins, also eins, zwei Felder bewegen. In dem Fall, ich kann auch auf den Brunnen ziehen. Und ob ich überhaupt auf den Brunnen ziehen kann, wird durch diese Felder angezeigt. In dem Fall, weißes Feld, ich kann mich hier hin bewegen. Hier, das Feld ist nicht weiß, ich kann mich also nicht hier hin bewegen. Ich könnte mich also auf dem Brunnen bewegen. Machen wir das einfach mal und der wird dann gedreht. Ich mache nachher das Beispiel auch mit der Seite, dass man das nochmal sieht. Hier wird sofort ein Chip aus dem schwarzen Säckchen dann nachgefüllt. Das macht jetzt wenig Sinn, dass ich auf den Brunnen gehe, aber dadurch kann ich euch gleich die Aktion dann zeigen. Weil bin ich auf einem Brunnen, habe ich die Möglichkeit, ja Gegenstände, die ich in meinem Rucksack habe, zu tauschen und nehme mir dann so zwei Kupfermünzen. Mit drei Kupfermünzen bekomme ich eine Silbermünze und ihr merkt, eine Silbermünze, da bekomme ich automatisch einen goldenen Apfel. Nehmen wir aber an, ich bin hier rüber gefahren in dem Fall. Jetzt muss ich mal schauen, hat das von der Bewegung her gepasst. Ich bin jetzt hier rüber. Ja, hätte gar nicht gepasst in dem Fall. Eben müssen wir schauen, wie er hinspringt, was den Bereich dann angeht. Oder lassen wir das einfach stehen. Ich bin hier und möchte mich weiter bewegen. Ich möchte euch die anderen Aktionen auch noch auf jeden Fall dann zeigen. Hier kann ich mich nicht hin bewegen, weil das weiß ist. Ich kann mich aber hier und ich kann mich hier hin bewegen. Und dann mache ich das gleiche nochmal, blaue Säckchen. Aber ich möchte euch hier die anderen Aktionen noch erklären. Deswegen muss ich mal gucken. Ich bewege mich einfach zurück. In dem Fall, da kommt kein Chip hin. Aber das wird wieder gedreht. Ihr merkt, da muss man dran denken. Und hier ist ein orangener Chip. Das heißt, ich mache das gleiche wieder. Ich ziehe in dem Fall wieder aus dem blauen Säckchen. Und diesen Gegenstand, den lege ich jetzt nicht bei mir ab, sondern den lege ich praktisch dann hin zu einem Chip, wo auch so ein gelber, ich glaube gelb heißen, aber orangener Chip, so ein Chip liegt und lege den Gegenstand einfach mal dahin. Das ist in dem Fall eine weitere Option. Ich kann den natürlich im späteren Verlauf auch einsammeln. So, die letzte Möglichkeit fehlt allerdings noch. Und ja, das darf ich jetzt gar nicht machen. Aber nehmen wir an, das Plättchen wäre so gelegen. Dann darf ich natürlich hier hinziehen. Und das ist eine weitere Option, die man hier machen kann. Und das sind hier die roten Chips. Und dadurch kommen die roten Karten zum Einsatz. Und damit kommen wir zu den roten Chips, in dem Fall zum roten Chip. Und jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger, weil wir haben, und deswegen, ich habe es jetzt nicht gemischt, ich zeige es euch jetzt einfach einzeln. Es gibt drei unterschiedliche Charaktere. Zuerst einmal, der rote Chips kommt auf die Seite. Und je nachdem, was ihr für eine Karte dann zieht, legt ihr das jeweilige Plättchen an diesem Ort, wo ihr hier seid. Es gibt unterschiedliche Charaktere. In dem Fall gibt es freundliche Charaktere. Und ihr seht ja, oh, die bringen mir ja einen goldenen Apfel. Auch gar nicht mal so schlecht. Aber ihr wisst ja, am Schluss braucht ihr drei goldene Äpfel. Und wenn so ein Charakter noch vor euch liegt, einer von denen hier, oder einen von den Bösen, dann könnt ihr das Spiel gar nicht gewinnen. Das heißt, ihr legt den Chip hier drauf. Und je nachdem, habt ihr das dann sofort erfüllt, wird den los. Oder ihr habt sogar beide Gegenstände und bekommt so einen goldenen Apfel. Vielleicht macht es aber auch einen Mitspieler für euch. Da denkt man nämlich gar nicht daran. Er hat nämlich auch die Option, wenn ihr nämlich hier auf dieses Plättchen dann draufzieht. Und man sieht, es gibt hier freundliche Charaktere. Schmied, Wirt und Bildhauer ist in dem Fall. Es gibt aber auch hier die Feindseligen, wie zum Beispiel Bandit und Teufel. Die sind gemein, die kosten viel. Aber es gibt auch hier die helfenden Charaktere. Da kann ich mir überlegen, die kann ich sogar neben diese Feentafel platzieren. Die muss ich also nicht vor mir liegen haben. Und die bringen mir eigentlich einen Vorteil. Hier zum Beispiel, da denkt man zwar, man zieht ein Plättchen raus. Nein, hier darf ich mir zum Beispiel ein blaues Plättchen raussuchen aus dem Säckchen. Und gibt dann eins von meinen dann ab. Also gar nicht schlecht. Hier kann ich mich auf eine andere Position bewegen. Hier kann ich drei rausziehen. Also ihr merkt, die bringen durchaus einiges. Aber die muss ich nicht vor mir haben. Das sind hier die helfenden. Die kann ich hier auch daneben ablegen. Wichtig nur, wenn ihr so eine Karte zieht, müsst ihr das jeweilige Plättchen dann einfach hier drauf legen. Ja, ihr merkt, es sind schon einige Detailregeln. Und da kann man sehr viele Sachen falsch spielen in dem Fall. Den Brunnen habe ich wie gesagt erklärt. Damit ist das Ganze erschlagen. Und ihr müsst natürlich schauen. Weil je nachdem liegen ja auch Gegenstände hier in dem Bereich. Ihr könnt allerdings auch nur ein Wallteil mit einem Gegenstand betreten, wenn ihr ihn überhaupt nehmen könnt. Und also Platz überhaupt in eurem Rucksack habt. Da müsst ihr dran denken. Auch bei den Charakteren müsst ihr da dran denken. Ihr dürft ja nicht automatisch drauf gehen. Deswegen ist man oftmals in der Zwickmühle und ist froh, dass man vielleicht einen Kompass hat. Und da kann man nämlich einfach eine Bewegung, wo man vielleicht gar nicht machen dürfte, einfach ignorieren und gibt ein seiner zwei Kompassplättchen ab. In dem Fall zwei hat man für das Spiel. Und kann in dem Fall auch auf ein anderes Feld dann springen. Ja, früher oder später hat man sicherlich, und das geht recht schnell, 30, 40 Minuten etwa. So ist jetzt unsere Erfahrung. Dann habt ihr auch goldene Äpfel gesammelt. Und dann habt ihr vielleicht mehrere. Übrigens, wenn ihr dann je nachdem vier goldene Äpfel habt, dann bekommt ihr auch einen Charakter los. Das ist auch eine Möglichkeit, den loszuwerden. Da denkt man vielleicht auch nicht mal dran. Und denkt, wie kriege ich jetzt den blöden Charakter noch los? Ja, wenn ihr einen goldenen Apfel abgibt, habt ihr auch die Möglichkeit, den Charakter loszuwerden. Wieder so eine Detailregel, die man natürlich nicht vergessen kann. Ja, und irgendwann kommt er natürlich, wo haben wir die Karte? Ich kann es euch nochmal zeigen. Ich glaube, ganz unten habe ich ihn mal hingemacht. Hier in dem Fall mit der Karte, mit dem Waldgeist. Die muss dann, die liegt vielleicht schon aus. Ansonsten wird sie dann einfach platziert. Und da gibt es natürlich auch einen Chip, wo man dann auf das entsprechende Feld dann setzt, wo das gerade hier, ja, in dem Fall, wo er gezogen wurde, beispielsweise jetzt hier jetzt weniger, aber hier, nehmen wir an, hier wurde er gezogen. Und da muss ich mich mit meiner Figur hinbewegen. Ich muss die drei Äpfel abgeben und dann bekomme ich natürlich die letzte Marke. Und dadurch habe ich das Spiel gewonnen. Und das waren auch schon alle Regeln. Es gibt sicherlich noch ein paar Feinheiten, aber ich habe jetzt, glaube ich, wirklich schon ein paar Feinheiten genannt in dem Spiel. In diesem Abenteuerspiel, so wird es ja auf jeden Fall, glaube ich, auch tituliert in der Anleitung, was Round Forest dann angeht. Round Forest ist ein Familienspiel in dem Fall für zwei bis vier Spieler. Es funktioniert unabhängig von der Spieleranzahl zu zweit. Da spielen wir es jetzt richtig flott. In 30 Minuten haben wir das gespielt. Zu viert kann es allerdings länger gehen, beziehungsweise da haben wir schon, ja, 45 bis 60 Minuten muss man spielen. Da zieht sich schon ein bisschen hin. Ich habe natürlich mehr Laufmöglichkeiten, Wegmöglichkeiten, aber wenn ein gesuchtes Plättchen weit weg liegt und ich brauche das unbedingt für meinen Charakter, dann zieht sich es natürlich etwas hin, was die Spiellänge angeht, was aber auch den Spielspaß angeht. Deswegen knacke ich zu zweit, geht es dann doch am schnellsten. Ja, Abenteuerspiel mit etlichen Sonderregeln und Details. Und ihr habt es gemerkt und ich hoffe, ich habe jetzt auch alles richtig gesagt. Ansonsten dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben, weil es gibt so viele Feinheiten, die man leicht überliest. Dann hat man zwei Säckchen. Okay, ich muss immer nachziehen, was man auch gerne vergessen, dass man immer dreht das Teil, wo man drauf geht, dass man das noch dreht. Ah, du musst ja drehen, obwohl das mit Pfeil angezeigt ist. Aber es sind viele kleine Details, die man gerne vergisst in dem Spiel. Und als Familienspiel durchaus ein bisschen anspruchsvoll, mit acht Jahren das drauf zu schreiben. Da vergisst der Elias gerne das eine oder andere. Und hat auch die eine oder andere Partie gebraucht, bis er da überhaupt drin war. Also es geht auf jeden Fall eine Weile, bis man praktisch ein Spielgefühl hat und dann zattelfest ist, was die Regeln angeht, weil es dann doch, ich hole, da drüben habe ich sie, es sind ja doch einige Detailregeln hier enthalten. Und das Ganze, ja, schon etwas in Fließtext gestaltet. Und da gerade, was der Text angeht, ich glaube, ich kann es auch hier rüber in die Kamera halten, dann sieht man es besser. Da sind viele kleine Detailregeln versteckt, wo man dann gerne vergisst. Dabei hat die Regel gar nicht mal so viele Seiten. Wenn ich jetzt rechne, sechs Seiten. Hier hinten sind die Charakter noch erklärt. Natürlich ganz dick, weil es in viel, viel Sprachen hinterlegt ist. Eigentlich ist es gar nicht so viel Text, aber es sind viele Detailregeln, die ihr beachten müsst. Wo ich es euch jetzt erklärt habe, da bin ich gar nicht mal so schwer. Man passt, man bleibt auf dem Feld dann sitzen, man dreht, oder man bewegt sich und führt die Aktion dann aus und sammelt natürlich die goldenen Äpfel. Vom Spielprinzip ist es recht simpel gemacht und abenteuerlich durchaus gestaltet. Aber der Spaß zu sagen, ja, ich brauche jetzt noch die Gegenstände, ich muss noch das und das machen, der könnte bei Weitem etwas höher sein. Vielleicht liegt es an diesen, ich wiederhole mich jetzt zum hundertsten Mal, an diesen Detailregeln, zum Beispiel auch wenn ich hier jetzt Plättchen tausche, in dem Fall dann tauschen Plättchen, die anderen beiden kommen dann raus, dann rutschen die anderen von oben nach. Das ist verkompliziert, das Ganze teilweise. Das hätte man doch sicherlich in der Form ein bisschen einfacher darstellen können, sodass wir bei unserer ersten Partie durchaus immer wieder nachschauen mussten, ach, jetzt wird das gemacht und dann wird das gemacht. Bei der zweiten ging es dann noch, ab der dritten war es dann besser, dann waren wir recht schnell im Spiel dann drin und deswegen haben wir es am Anfang auch erstmal zu zweit gespielt, damit wir auch schneller ein Spielgefühl haben für das Ganze, weil es zieht sich dann doch ein bisschen hin. Ja, ausgeglichen, ich habe vorhin, haben wir es jetzt auch wieder gespielt, da habe ich gedacht, boah, ich habe drei Äpfel, ich brauche eigentlich nur hin, ich habe gewonnen in dem Fall. Die Silke, die hat einen gehabt, aber in kurzer Zeit hat sie die drei Äpfel gehabt und bis ich dann durch meine Wege, die Kompassbereiche und Plättchen waren auch weg, bis ich dann hier das Feld erreicht habe, ja, das Zielfeld da, da ist die Silke schon durchmarschiert und war dann einen Tick schneller, also einen Zug vor mir dann da. Kann passieren, aber ihr merkt, da ist ein bisschen Glück, ist auf jeden Fall dabei, gerade wie es sich dreht. Ihr könnt es optional, ich glaube, optional heißt es in dem Fall, ich schaue nochmal nach, optional Blockade setzen oder entfernen mit so einem schweren Gegenstand, haben wir gemacht, lasst es weg. Das wird nur, es ist wieder nur eine weitere Detailregel enthalten, die man wirklich nicht benötigt. Also insgesamt, ich hätte es mir gerne viel schlanker vorgestellt, dass es auch viel schöner als Familienspiel dann rüberkommt. Durch die vielen Details, die hier enthalten sind, ich ziehe jetzt da, ich darf jetzt das, darf ich den Gegenstand tauschen, ich darf nur einen schweren Gegenstand haben, ich darf den Gegenstand fallen lassen, den kann ein anderer auch aufnehmen, wenn er dann die Möglichkeit hat, den Platz hat. Oder ich gehe zum Brunnen, verkaufe die Plättchen dann wieder, dann bekomme ich das. Ach, übrigens, wenn ich dann in dem Fall mir zum Beispiel hier bei der Fee dann irgendwelche Gegenstände kaufe, dann kann ich das auch mit einem Silberling-Blitz zahlen, aber ich bekomme kein Wechselgeld. Da muss man auch nochmal dran denken. Das war jetzt wieder so eine kleine Detailregel. Also, das ohne diese vielen, vielen Details. Für mich als Familienspiel ist das dann doch ein Tick zu viel als Familienspiel. Und wenn man die rausgestrichen hätte, ein bisschen schlanker gestaltet, ich glaube, dann wäre der Spaß bei mir auch ein bisschen höher gewesen, was jetzt Round Forest angeht. Es ist kein schlechtes Spiel, aber auch kein Spiel, wo ich sage, ja, ich bin total hin und weg, ich möchte sofort nochmal spielen. Wir haben es jetzt über viele, viele Tage immer wieder eine Partie dann gespielt, in unterschiedlicher Besetzung, mal zu zweit, mal zu dritt, beziehungsweise auch mal zu viert. Und irgendwie war es irgendwie immer, es hat sich immer gleich angefühlt. Und gerade mit Neulingen am Tisch, da muss ich immer sagen, du musst doch drehen. Ah, wer füllt noch ein Blättchen nach? Und was habe ich jetzt für ein Blättchen rausgelegt? Weil ich jetzt schon nachgefüllt habe. Ah ja, das liegt ja auf die Seite. Also man muss sich da schon konzentrieren. Man darf das jetzt nicht so locker, flockig nehmen, weil sonst macht man noch mehr Fehler und dann passieren genau solche Dinge, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann vergisst man nachzuziehen etc. Oder was darf ich jetzt machen? Und ich muss natürlich auch am Anfang nachlesen, was die Eigenschaften angehen, weil die Symbole sind zwar gut gemacht, aber auch nicht so ersichtlich. Ich habe es ja vorhin gesagt, wo war jetzt ein typisches Beispiel, wo wir gespielt haben, beim Kobold zum Beispiel. Da haben wir am Anfang ja auch gedacht, man zieht einfach einen Gegenstand dann raus. Hofft natürlich, dass man einen guten zieht. Aber hier heißt es, der Spieler darf aus dem blauen Beutel einen Gegenstand seiner Wahl heraussuchen. Das sind so Feinheiten, wo man dann nochmal nachschauen sollte. Sonst spielt man es je nachdem auch falsch. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es euch richtig erklärt. Spannendes Abenteuerspiel steht hier dabei. Na, die Spannung hätte ein bisschen höher sein können. Abenteuerlich, ja, ich habe jetzt ein Gefühl, ich bin jetzt hier im Wald und laufe da rum. Es fühlt sich doch ein bisschen abstrakt dann an. Also ich habe jetzt ein Gefühl, ich bin jetzt hier im Wald und suche da irgendwelche Sachen und begegne da irgendwelchen, ja, Charakteren, um das zu erfüllen. Also das Feeling kam jetzt bei mir dann doch nicht so rüber. Also ihr merkt, ein bisschen unzufrieden, ein bisschen gespalten, aber ihr wisst ja, offen und ehrliche Informationen und Fazit sind immer wichtig, damit ihr das wisst. Und ja, dann könnt ihr eure eigene Entscheidung euch machen. Wer jetzt trotzdem Interesse gefunden hat an dem Spiel, klar, vom Mechanismus, das ist wirklich auch toll gemacht, mit dem Drehen, mit dem Ziehen, dass man nicht auf jedes Plättchen ziehen kann. Da sind tolle Elemente dabei. Also wer jetzt gesagt hat, ja, das probiere ich auf jeden Fall mal aus und will sich das Spiel holen? Gerne. Warum nicht? Und gerne über die unten genannten Links. Das ist eine relative Neuheit. Ich weiß nicht aktuell, ob ihr es auch schon bekommt. Überall im Handel, ansonsten müsst ihr ein bisschen warten. Aber das soll es auch gewesen sein zu Round Forest in dem Fall. Ein Spiel aus dem Hause Pjartnik. A game by Peru. Viele liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal. Und ich glaube, mit diesen Worten sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video teilen wollt, sehr gerne. Und über einen Daumen beziehungsweise über ein Abo freuen wir uns natürlich wie immer. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis bald.